Die Funkstörungen können beim Abschalten von Induktivitäten mit vielen Windungen, bei fehlerhaften Zündanlagen von Kraftfahrzeugen, bei Stromwendermotoren und bei Gasentladungslampen auftreten. Die Funkstörungen können sich im Stromnetz oder durch Strahlung ausbreiten. Ein Teil dieser Störungen wird von einem Sender abgestrahlt. Besonders bei hohen Frequenzen, beispielsweise im UKW-Bereich, ist die Abstrahlung besonders intensiv. Vergessen Sie nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren.